In Far Cry 4 geht es nicht auf die Insel, sondern in die Berge. Der Himalaya mit seinen Berggipfeln und Hochlandfeldern ist das neue Setting. Und abermals ist unser Gegenspieler wieder ein etwas verrückter und sein Volk unterdrückender Anführer. Diesmal liegt aber im Fokus der Entwickler auch der Koop-Modus, in dem ihr mit einem Kollegen verschiedene Aufgaben erfüllen könnt. Und jetzt geht es zum Talk mit Felix. Far Cry 4, ja da wurde jetzt einiges gezeigt zu. Endlich mal. Far Cry 3 war ja schon ein richtig gutes Spiel, wie ich fand. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Vierer kann da gut anschließen. Kann durchaus sein, wird sich natürlich zeigen müssen. Ich finde das Setting sehr interessant mit dem Himalaya. Ich persönlich bin ja nicht so ein Far Cry Fan. Das erste von Crytek fand ich damals noch cool. Ich habe immer das Problem, Gunplay und Sachen, die ich in der offenen Welt machen muss, waren mir teilweise zu langweilig. Jetzt eben hier mit Pagan Min und Himalaya. Ich finde, es geht mir ein bisschen zu sehr in dieselbe Richtung. Also, dass sie wirklich so die Formel von 3 nehmen und das komplett kopieren, bloß in einem anderen Setting. Ja, stimmt. Wo ich mir so ein bisschen denke, so, oh, das ist so ein bisschen auf den faulen Lorbeeren ausruhen. Muss nicht heißen, dass das Ding schlecht wird. Überhaupt nicht. Kann richtig gut werden. Aber ich denke mir da so, das ist mir zu nah dran, so von dem, was ich jetzt gesehen habe, was man halt von den anderen Sachen kennt. Aber es gibt Elefanten. Mörder-Elefanten. Wie man einsetzen kann, sie seinen Gunsten. Das ist schmalt. Ja, und was ich aber ein bisschen schade finde, sie setzen ihren Fokus total auf dieses Koop-Ding. Ist zwar ganz cool, aber ich finde, sie sollten nicht den Hauptfokus drauf setzen. Ja, mit dieser, glaube ich, was war das, E3? Diese komplette Pressekonferenz nur darauf ausgelegt, dass dieses Koop-Feature ist halt. Da denke ich mir genau, das finde ich super. Denn endlich ist es so, das habe ich mir schon immer bei Far Cry gedacht, man hat diese riesengroße Welt, warum kann ich immer nur alleine in dieser Welt rumlaufen und alles, was Koop-mäßig ist, ist immer nur ein bestimmter Koop-Level-Abschnitt, der losgelöst ist von dem Ganzen. Und jetzt kann man wirklich das Spiel spielen und in dieser Welt mit seinem Spätzle irgendwie ordentlich Schaden anrichten und Missionen abseits der Story-Missionen, weil die muss man alleine spielen, absolvieren. Und ich finde das eine super Sache. Ja, an sich finde ich Koop auch echt cool, aber es war mir halt zu viel darauf ausgelegt, dass er halt so neue Features einfach nur, ja, es gibt Koop. Das war mir halt ein bisschen zu wenig, aber es wird, denke ich, trotzdem wieder ein cooles Spiel, cooler Zeitvertreib und man wird wieder Sachen sammeln können, bis zum geht nicht mehr eine große Welt. Alles so, wie es bei Far Cry eigentlich sein sollte und ja, mal schauen, was da noch kommt. In diesem Sinne sind wir mit diesem Video auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao. 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 Ciao.